Das ist ein Trailer heute am 31.05.2024. Wenn ihr da Musik im Hintergrund hört, ich werde glaube ich auch, also nicht ich, es ist ja kein Konzert für mich, das ist dann auch immer ein bisschen lästig, wenn du natürlich in der Stadtmitte wohnst, dann kannst du dich diesen Festlichkeiten und diesen, ich nenne es jetzt hier wirklich Lärm, weil es gar nicht meine Musik ist, geht mir auch voll auf die Eier, das muss ich auch ehrlich gestehen, aber ich habe natürlich keine Handhabe. Das abzustellen, egal, gut, die meisten von euch werden ja heute mitgekriegt haben, was passiert ist in Mannheim, mitunter auch mit dem Michael Stötzenberger. Eine komplette Scheiße kommt mir vor, müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das ist jetzt hier mehr oder weniger dann so ein Special im Hauptfilm, den ihr dann gucken könnt bei VK Bitchwood Odyssey, einmal getrailert bei Rumble und dreimal YouTube. Es ist halt sehr komisch, weil da auf einmal der ein oder andere Politiker sich zu Wort gemeldet hat und ganz entzünd war, was da jetzt abgeht. Aber schaut selbst, aber nicht nur darum geht es und dann vielleicht bis gleich, macht es gut, tschüss. Klien. Klien.